Chaos blieb aus. Das Sturmtief Xaver hat deutlich weniger Spuren hinterlassen als zuvor angenommen. Bis Freitagmittag musste die Feuerwehr in Dessau-Roslau lediglich viermal ausrücken. Zwei umgestürzte Bäume, einer an der Autobahnauffahrt Dessau-Süd und einer im Stadtteil Roslau, sowie die Sicherung von Gerüstplanen an zwei Baugerüsten, waren die Einsatzorte für die Kameraden der Feuerwehr.